So meine lieben Leute, nachdem wir wirklich in diese wunderschöne Box, die wirklich nicht nur stylisch gut aussieht, alle Anschlüsse gemacht haben, genauso wie ließ sich auch das Handy super leicht dort in die Halterung einfügen, ist mein Sohn natürlich völlig begeistert, jetzt alles im Großformat zu sehen. Gehe nochmal zurück und zeige nochmal den Anfangsstatus bitte, wie ihr hier sehen könnt, die Maus ist dort natürlich angeschlossen, sowie natürlich auch die Tastatur und nun, wie wir sehen, kann er direkt auf seinen Bildschirm gucken und mit der Maus kann sie einfach das Menü bedienen. Also wirklich absolut genial, auch wenn er jetzt mal zum Beispiel auf YouTube geht, durchs Einfache klicken und sich irgendwie ein tolles Video aussucht, zum Beispiel vielleicht von sich selber. Was er auch immer fleißig hochlädt, er ist ein kleiner Zocker und deswegen liebt er natürlich auch die Technik. Wo er auch selber mal fasziniert Logos bauen kann und das kann er natürlich jetzt auch super auch über die Tastatur und so macht das natürlich viel viel Spaß. Also ihr seht schon selber, durch die Maus und durch die Tastatur ist alles super leicht einzufügen, Sound funktioniert, alles hervorragend. Man hat natürlich auch noch die Möglichkeit an dieser tollen Box, was ich euch gerne zeigen möchte. Hier ist hinten auch noch ein kleiner Ohrstöpsel, also für Ohrstöpsel dran oder für einen schönen geilen Kopfhörer hat man dann die Möglichkeit, super mit Sound zu arbeiten. Also ich bin absolut begeistert. Und? Macht Spaß? Ja? Coole Sache, oder? Gute meine Lieben, dann lassen wir uns ja nochmal ein bisschen weitermachen. Und ich hoffe, dass euch die Präsentation gefallen hat. Und ich kann euch dieses Gerät absolut empfehlen. Es sieht nicht nur stylisch, optisch hervorragend aus, durch die Schwarz-Silber-Gestaltung, sondern durch die, gut, es ist zwar in Englisch die Bedienungsanleitung, aber sie ist auch super leicht bei Leike in Deutsch runterzuladen. Hat man wirklich die Möglichkeit ganz gezielt und eigentlich idiotensicher, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz leichtfüßig sich durch die Bedienung durchzuforschen. Durch das Anschließen der tollen Verarbeitung fügen sich die Kabel sofort an, die Anschlüsse fixieren sich sofort. Das Handy ist durch die Halterung absolut stabil gelagert. Und somit kann man wirklich funktionsmäßig im riesengroßen Bild sein Handy bedienen. Wunderbar. Ich danke euch. Bis bald. Tschüss.